Wie an jedem Tag sitze ich so und arbeite für mich hin. Habe ich den Vertretungsplan gebastelt? Habe ich Unterricht vorbereitet? Frau Fühler! Sie müssen hochkommen! Ich bin beschäftigt. Aber da oben ist Chaos! Sie prügeln sich. Und alles ist außer Kontrolle. Mein Blick geht zur Uhr. Die Klasse sollte nicht alleine sein. Warum müssen die sich jetzt prügeln? Das sind so tolle Kinder. Warum? 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 Frau Mandarine sollte doch eigentlich da oben sein. Ist sie nicht da? Doch, aber sie hören nicht auf sie. Kommen Sie schnell! Gleich blutet noch einer! Marco, hast schon gewalt! Aber eine Lehrerin muss es doch hinbekommen, dass die Klasse ruhig ist. Ich schaffe es doch auch. Ist zwar anstrengend, aber machbar. Und jetzt zwei Etagen nach oben. Ich will das nicht. Ich seufze, stehe auf und gehe. In meinem Kopf überlege ich mir eine Standpauke. Schlimm eigentlich, dass ich sofort losmeckern möchte. Immer müsst ihr, nie könnt ihr. So was in der Art würde mir rausrutschen. Ich weiß es vorher, würde es aber dennoch nicht aufhalten können. Mit einem Rück öffne ich die Tür und sehe... Ich weiß es auch, wie Und jetzt alles zusammen. Vielen Dank.